Hallo und herzlich willkommen zur ersten Woche unseres neuen Online-Kurses Soziale Medien und Schule für wen, wieso, wozu. In der ersten Woche wird uns Martin Ebner einen Überblick über soziale Medien im Allgemeinen geben. Martin Ebner ist Leiter der Abteilung Vernetztes Lernen an der Technischen Universität Graz und hat zuständig für sämtliche Belange des E-Learnings. Er forscht und lehrt auch als Medieninformatiker am Institut für Informationssysteme, Computer, Medien, rund um technologiegestütztes Lernen. Seine Schwerpunkte sind E-Learning, M-Learning, Social Media, Learning Analytics und Open Educational Resources. Er bloggt unter elearningblog.tugrads.at und weitere Details zu ihm finden Sie unter www.martin-ebner.at. Im zweiten Video erzählen uns Schülerinnen und Schüler des BG-BHG-MG 3 Hackengasse in Graz, was Sie unter sozialen Medien verstehen, welche Medien für Sie wichtig sind und warum Sie Medien bei sich zu Hause, privat und in der Schule einsetzen. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit unserer ersten Kurseinheit und wünschen Ihnen alles Gute für die Absolvierung unserer Quizzes. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit meiner Aufmerksamkeit und Untertitelung des ZDF, 2020